Nein, wir sind nicht im Club. Wir sind wieder nur bei BAMDISTV. Aber was heißt denn nur, es ist doch geil. Aber was richtig geil ist, das sage ich euch jetzt, denn richtig geil wird es mit Licht. So, hier heute bei BAMDISTV haben wir natürlich hinter den Kulissen mega viel Spaß, denn heute packen wir wieder einen richtig schönen Klassiker aus. Unsere Deko-Trust, unsere Traverse, Azora 20er, nur so ganz am Rande. Ja, eine Dreipunkt. Unsere Dreipunkt-Traverse aus drei Aluminiumrohren mit angeschweißten Konushülsen an jedem Ende natürlich. Logisch brauchen wir, um das Ganze natürlich sauber zu verbinden. Ja, die drei Gurtrohre sind aus 35 Millimeter und die Streben, die Diagonalstreben, die ihr hier seht, die sind aus 10 Millimeter Alurohren mit jeweils zwei Millimeter starken, das sieht man jetzt hier nicht so, aber zwei Millimeter starken Wänden gefertigt. Die Dreipunkt-Traverse ist natürlich auch ein ganz interessantes Bauobjekt aus dem Messebereich, sage ich jetzt mal, weil das ist, so wie vorhin gesagt, ja der Klassiker. Also das kommt ganz, ganz oft vor und ich glaube, wer schon mal das Wort Traverse gehört hat, aber damit nichts zu tun hat, hat einfach das Bild dieser Dreipunkt-Traverse vor Augen. Ja, da haben wir natürlich auch Maße, wenn ich einmal hier rüber gehe und zwar haben wir hier oben einmal ein Außenmaß von 22 Zentimeter und von hier oben nach unten 19,5. Ja, also man schaut mal schnell drauf und denkt sich, aha, das schaut ja hier alles gleich aus, aber nein, 22,19,5. Ja, um das Ganze zu verbinden, braucht man natürlich was, das bekommt ihr safe immer schön und gut mitgeliefert. Das heißt, wir denken da dran und da habt ihr ein Tütchen und da sind unsere Konus-Verbinder mit drin, dann habt ihr natürlich auch die jeweiligen Stifte mit dazu und was wichtig ist, um das Ganze dann auch noch zu fixieren, eure R-Clip beziehungsweise die Feder mit dazu, dass das alles wirklich fest ist. Ja, und das bekommt ihr aus dem Hause AST, ja, Alu-System Trussing, das Ganze made in Europa. So, und wie das funktioniert, das möchte ich euch jetzt einmal zeigen und zwar habe ich hier einmal die Traverse vorbereitet. Unser Konus ist konisch gebohrt, das heißt zulaufend, das heißt hier oben einmal die Öffnung, die ist etwas größer, unten etwas kleiner, da bitte auch drauf achten beim Zusammenstecken, dass das auch wirklich mit dem Stift dann zusammenpasst. So, um das Ganze zu verbinden, wie gesagt, schauen, dass wirklich die richtige Öffnung hier oben ist und dann geht der Stift einmal drauf und dann haben wir natürlich auch ein Werkzeug. Wir empfehlen euch einen Kupferhammer, der behandelt das Material etwas besser als jetzt, ich sag mal, der herkömmliche. So, und das Ganze mit etwas kurzer, leichter Manneskraft und ihr seht, war jetzt ein Schlag, das nenne ich mal Vorführeffekt und wie federleicht die Feder ist und wie federleicht es ist, sie zu montieren, seht ihr hier, schwupp und einmal ist sie drin, dann haben wir unsere Festigkeit. So, das Ganze machen wir natürlich hier dreimal und dann nehmen wir unseren 90 Grad, unsere 90 Grad Traverse und ich drehe sie jetzt einmal so rum, weil ich habe es jetzt gerade hier so liegen und wir stecken das einmal drauf. Das Ganze dann natürlich mit dem Stift dann hier bei der zweiten Stelle einmal verbinden und schauen wir mal, ob es mit einem Schlag auch funktioniert. Okay, es sind dann eher zwei oder drei durch und auch hier wieder unsere Feder einmal durch, um das Ganze zu befestigen. So, und wie ihr seht, Messebau leicht gemacht hier bei uns und das schieben wir einmal rüber. Hier haben wir das Beispiel einmal. So, und wir haben hier einmal die zweiweige Schichte, wo wir die Spitze einmal innen haben, gibt natürlich auch die Bauteile mit Spitze außen und wenn wir hier reingehen, hier haben wir die Spitze einmal unten drin und und hier bei dem unteren Bauteil haben wir die Spitze einmal oben. Ja, da fragt man sich natürlich, okay, für was ist was? Wann brauche ich welches Bauteil? Da geht ihr einfach in unseren Shop, guckt einfach nach. Ihr habt alle Produktbeschreibungen da und wenn ihr euch nicht ganz zurechtfinden solltet, dann ruft einfach unsere Hotline an. Unsere Berater sind natürlich für euch mit da. Ja, was mache ich damit. Egal, ob ich privat was mache oder hier in Richtung Gewerbe, natürlich klar, Messebau, Messestände. Das ist vollkommen logisch. Das ist das A und O, die Traversen für den Messebau. Und ja, im Ladenbau oder Werbepräsentationstechnik und was hier natürlich wichtig ist und auch gut zu wissen ist, die Messe, die Messebaustandgröße bis 144 Quadratmeter. Ihr könnt auch kleine Dächer damit zaubern, ihr könnt Zelte damit zaubern, Spezialkonstruktionen machen. Von der Deckenabhängung in der Gastronomie bis Richtung Industriehallen ist da wirklich alles mit dabei. Wenn wir hier in die Richtung Statik gehen, auch da findet ihr bei uns im Shop eine Anwenderstatik. Auf der jeweiligen Produktseite habt ihr einen Link dazu, den ihr euch downloaden könnt, weil man muss natürlich auch wissen, okay, wie kann ich das Ganze belasten? Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Die Traverse hier kann aufliegend auf zwei Punkten bei einer Spannweite von 6 Metern, eine Streckenlast dann gesamt von 111 Kilo, kann da belastet werden. Das wiederum heißt, bei einem Teilstück von einem Meter hier, das ist eine sogenannte Punktlast, je Meter liegt bei 18,5 Kilo Belastung, die ich da, ich sage das mal, drauf donnern kann. Ja, das ist wichtig, wie gesagt, die Infos habt ihr bei uns im Shop. Das natürlich auch wieder in verschiedensten Längen von 25 Zentimeter beginnend bis 50, 100, 200, 400 bis 500 Zentimeter. Sonderlängen bieten wir natürlich auch an, auch das ist überhaupt gar kein Problem. T-Stücke haben wir natürlich jetzt hier nicht am Platz, aber im Shop haben wir natürlich T-Stücke. Wir haben Kreuze mit dabei und die sämtlichen Verbindungen, aber wie gesagt, von der Länge her, Sonderanfertigung, überhaupt gar kein Problem. Fertigen wir jederzeit an. So, was wir natürlich auch noch anfertigen, ist die Farbe. Können wir einmal so belassen, wie wir es haben. Die, ich sage jetzt mal, die gängigste, neutralste Farbe, aber wir können euren Messestand natürlich auch verfeinern. Und zwar das Ganze pulverbeschichtet in den gängigsten Ralfarben, auch das funktioniert. Ja, stehend tut das Ganze natürlich auf einer Bodenplatte, auch die kann natürlich pulverbeschichtet werden. Und die sieht einmal hier so aus. Die wird einfach draufgesteckt, auch mit den Verbindungsstiften verbindet und mit der Feder einmal festgemacht, dass das natürlich seinen Halt hat. Hier sehen wir einmal unsere kleine Beschreibung mit dem Typ, was ist es für ein Typ, dann das Herstellungsdatum ist auch mit drauf, natürlich die Seriennummer und der Rälder, das heißt der Schweißer, der das gemacht hat. Also jedes einzelne Bauteil ist bei uns gekennzeichnet. So, und auf dem, ich sage jetzt mal, auf dem Messestand während des Aufbaus brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Ordnung. Und Ordnung müssen wir schaffen, das könnt ihr ganz, ganz leicht und zwar mit dem Koffer hier, den könnt ihr auch aus unserem Shop einmal erwerben. Da passen alle Konusverbindungen mit rein, mit den Stiften und den Federn, alles an seinem Platz, mit Werkzeug, alles ist aufgeräumt und das ist gut so. Und was noch gut ist, ist der Beschreibungstext hier unten drin, natürlich auch einmal der Klick, um uns zu abonnieren. Wenn ihr das alles fleißig abonniert habt, dann können wir nur einmal noch mal ganz kurz auf unser Zubehör zu sprechen kommen. Ihr seht, was wir für eine vielfältige Auswahl haben. Egal, ob ich jetzt einen Banner befestigen möchte mit den Gummis, die dazugehören, mit den verschiedenen Schälen, mit den verschiedenen Bodenplatten, ob es ein halber Konus ist, ein ganzer Konus, was wir alles anbieten, ist hier einmal ein Teil aufgebaut. Das findet ihr natürlich auch bei unserem Shop und wir wünschen viel Spaß beim Shoppen und ich sage bis zum nächsten Mal.